Hallo, ich bin Sarah und arbeite seit Oktober 2016 bei der Firma Danner in der Fahrzeug Dispo. Meine Hauptaufgaben sind ab der Platzierung der Fahrzeuge in unserem System bis zur Auslieferung an den Kunden. Unsere Abläufe sind zwar gut strukturiert und trotzdem ist jeder Tag anders. Das macht meinen Job spannend und abwechslungsreich. In meiner Freizeit beschäftigt ich mich mit Themen wie Nachhaltigkeit, Ernährung und Minimalismus. Mein erstes Auto war ein VW Polo.